Jetzt holt er wieder auf. Eigentlich wollte ich aus, denn die ist runter. Ja, komm. So, komm, leck mich doch, Alter. Ein Golf. Das ist doch unfair. Ja, komm schon. Weg hier, Alter. So, jetzt kann ich nämlich runterfahren. Ja, ich weiß, ich ziehe das gerade mal andersrum hin. Na, da, komm. So, bin ich mal gespannt, ob ich das schaffe. Ich meine, Golf ist ja um einiges leistungsstärker als alle anderen Wagen. Also, als mein Wagen zumindest. Von der sich gesehen... Nein! Nein, 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 nein. Ach, Mann, oh, Alter. Komm schon. Oh, genau, 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 genau. Genau. So. Kannst mich mal gerne haben. Na, und? Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ja, komm, komm, komm. Und, 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 und. Ja, komm, 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 und, ja, sauber. Hey, ich glaub, ich nehm alles zurück. Du hast was drauf. Bis dann. Ups, ich muss sowieso eingehen in die andere Richtung von da her. Gut. Dann machen wir das Drift-Event da hinten noch. Ah, hier, Geld So Ich mein, Cash kann man ja immer gebrauchen Eigentlich dachte ich immer her, dass ich schlechter wäre Aber egal Man muss nur ein bisschen fahren können, glaub ich Das ist alles So Jetzt ist nur die Frage Ach, guck mal, da ist Cash Ach Das ist der Drift Na komm Ja, genau Ne Eclipse Ne, Quatsch, oder? Doch, ne Eclipse und ne Chili Chili-Chali-Chali-Chali-Chali-Chali-Chali-Chali-Chali Ich weiß, ich bin wieder mal ruhig Das ist aber immer so, wenn ich Drifte bin Puh Ach, komm, Mann Ach, komm schon, Alter Na und? Ach, so gerade eben noch gewonnen Alter Das musst du erst mal schaffen, ey So gerade eben noch gewonnen, ey Mama Mia, ey Naja, immerhin Haben wir gewonnen Und, äh, ja Da können wir eigentlich im Prinzip Warte mal Ach, lackierte Auspuffblende Ja, schön Für dich Ich muss auf jeden Fall zum Tuning-Shop Eigentlich Eigentlich So Ja, gut, dann können wir im Prinzip ja jetzt die URL ranmachen Ich werde vorher noch zu dem Sterner fahren Hey, alles klar, Bro? Ja, ich habe Action für dich Konnte den Ort noch nicht genau rausfinden Soll aber irgendwo im Stadtzentrum sein Meine Jungs sagen es leicht verdientes Geld Ich melde mich, wenn ich wieder was höre Bis später Ja Aber ich werde vorher mal Ähm Hier Den Wagen auf jeden Fall auf Tune Der war schön So, wir haben auf jeden Fall jetzt Fahrwerke gekriegt Oh ja Man sieht's So Tuning-Paket kaufen Bildstein Ja, ist perfekt Äh Front- und Heckstabilisatoren von H&R Springs Einstellbarer Domlager Äh, nehme ich HP Racing So So Ja, ich weiß Es ist Geldverschwendung Bla, 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 bla Oh ja Man merkt's definitiv Der ist stabiler Normalerweise hätte ich mich jetzt schön weggedreht Das Fahrwerk hätte ich mir Womit muss Früher erholen sollen Oh, du gut Aus Fehlern lernt man Oder wie heißt das noch so schön Jaja, du bist da Oha Heißt einmal rum Dann da rum Oder da Oh, Alter Nee, 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 nee Warte mal Ich fahr da rum Fahr dann komplett geradeaus Genau So, heißt jetzt erstmal schön beeilen Zum Fotograf wartet Ich meine Eins ist sicher Die Stabilisatoren sind auf jeden Fall definitiv besser Dadurch habe ich mir jetzt erstmal schönen Vorteil verpasst So, jetzt soll ich mir nämlich erstmal Nitro holen Und ich erstmal schön viel Nitro aufbauen kann Junge So, 275 haben wir schon mal erreicht Das ist sehr schön So Jetzt aber schnell Weg da Ich brauch Platz Und so Oh, oh Oh, oh Das kann Ziemlich riskant und knapp werden Wenn ich mal sagen Oh, oh Komm schon Ja, vom wegen riskant Guck dir das mal an Mit welcher Zeit ich hier erscheine Hey, du wirst in der neuen Hot 4 verewigt So Wollen wir das? Jupp Speichern Geht doch So, jetzt können wir im Prinzip eigentlich zurückfahren Und können damit den URL-Randen anfangen Wobei, lohnt sich das eigentlich noch? Oh, ich mach's einfach mal Oh, tata Wow Der war knapp Zumindest haben wir jetzt jede Menge Teile eingebaut So viel ist sicher Die Frage ist jetzt nur Ach komm, weiß der was Komm her Haha Haha Du bist falsch gefahren, mein Freund Tschüss Kollege, glaub mir mal Wenn ich dich schlagen will, dann tue ich das auch Ah ja Sieht man ja, ne? Naja, egal Wir haben es zumindest geschafft, das Rennen Okay, den hätte ich nicht geschafft Warum bin ich jetzt schon wieder hier? Nein, ich will runter Oder? Ja, ich will runter Ach, ich will zu den URL-Rennen Und dann tata Die Frage ist nur, hoffentlich erwische ich das Richtige So, das Problem ist, da brauchst du echt Huh? Okay, mit dem hätte ich vielleicht gewonnen Oh, ich fahr hier rechts rum Kann ich einmal rumfahren Das schaffe ich nicht Boah, Alter, wie ich Übelst krass hier Aber weißt du was? Egal Egal Na, egal Machen wir es so Kann ja nur lustig werden Jetzt komm, beeil dich Besser Start Vier Runden Oh Gott, hoffentlich ist das kein Turnier Alter, wie der abgeht So Jetzt heißt es Gas geben Jetzt heißt es wirklich Gas geben Vier Runden Alla Eineinhalb Minute Schau ich nicht Egal, egal Es wird auf jeden Fall reingeklatscht Und gut ist So Komm schon Drei sieben Oder? Ja doch Ne Eine Minute Knapp Etwas unter einer Minute brauch ich Ja, geile Sache So Okay Dadurch habe ich mich jetzt voll Verkalkuliert Heute habe ich es aber auch Dadurch habe ich mich voll Verkalkuliert Wie die alle mit unterschiedlichen Lichterfarben da langfahren Und ich glaube ich als Einzelster Hier mit Xenon Lichtern langfahre Oder? Unter da Ja, ich glaube, ich habe... Habe ich Zehn oder blaue? Ich glaube, ich habe blaue. Total verschissen. Aber egal. Wie viel war die erste Runde dabei? Ich glaube, 56 oder so? Ja, ich meine schon. So. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie lange ich jetzt für diese Runde brauche. Ich meine, klar, später haben wir sowieso leistungsstärkere Wagen. Da schaffen wir das, glaube ich, mit 40 Sekunden oder so. Aber jetzt ist es erstmal ein Wunder, wenn wir das unter den, äh, 50 Sekunden schaffen, sage ich mal so. Oder sagen wir mal unter einer Minute. Na, und? Na, 50 Sekunden, 51, 52, ja. So. Komm schon. Uppsala. Danach kriegen wir auf jeden Fall neue Wagen. Die Wagen... werde ich mir aber später anschauen. Uiuiuiuiuiuiuiui. Driften wollte ich noch nicht lernen. Wieder hier. Oder zumindest meine Position verlieren, sagen wir es mal so. Junge, Alter. So. Auf geht's in die Endrunde. Oh, hoffentlich kein Turnier. Hoffentlich kein Turnier. Bitte lass es kein Turnier sein. Bitte lass es kein Turnier sein. Bitte lass es kein Turnier sein. Und? Es ist ein Turnier. Ich glaub das nicht. Okay, wird das 20 Minuten folgen. Tut mir leid. Ja, genau. Und noch die große Version Variante. Ist klar. Du gehst mir grad mal am Arsch vorbei. So. Ach Gott, das kann ja lustig werden. Das war so zwar eigentlich nicht geplant, aber hey! So. So wie in die erste Runde werde ich so oder so über eine Minute brauchen. Jetzt ist nur die Frage, ob ich danach auch noch über eine Minute brauche. Ups, sei Dank. So, eine Minute zehn. Jetzt heißt es, wirklich gut fahren können. Jetzt heißt es, dass es wirklich gut fahren können. Immer wenn man sowas hat, Alter, da hätte man denken können, dass das wirklich so... ...läuft. Ich weiß nicht, ich hab ja grad mal zwei Minuten Überlänge, grad mal. Aber trotzdem. Egal. Der war gerade nicht sehr professionell. Macht nix. Ne, das wären Runden über eine Minute. Davon kannst du ausgehen. Wenn ich Glück habe, schaffe ich's eine Minute pro Runde, aber das war's auch. Ja, und? Ja. Eine Minute sieben. So, zack. Ups, Alter, der war ein bisschen zu hoch gesprungen. Naja, gut, ich hab da an der einen Ecke, hab ich total verkackt. Naja, egal, passt schon. Wir haben ja Zeit von der sich gesehen. So, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, aber ich krieg die nicht von der Arschbacke los, ne? Ich krieg die grad echt nicht von der Arschbacke los. Das ist unglaublich. Diese Gummiband-KI, ne? 1, 2, 1, 3, ja, 1, 4, 4. Okay. So. So, das hätten wir. Dann werden wir gleich als letztes dann das ganze Nitro verballern. Jetzt können wir so am besten. Wow. Das ist echt krass. Da wurde ich ja auch jetzt letztens vor der letzten Woche darauf gefragt, ob ich das Ganze auf PS2 spiele oder PC. Äh, sorry, aber, ähm, darum steht das doch in den, äh, Videotiteln, oder nicht? Ich mein, das heißt ja nicht umsonst, äh, Need for Speed Underground 2, PC HD und so, ne? Also kann ich's ja auch nur auf PC zocken, ne? Oh, geil. Über 10 Sekunden. Das ist geil. Das ist epic. So, hätten wir das geschafft. Haben wir es gewonnen. Komm schon, komm schon, komm schon. So, zack, 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 zack. So, wir haben das Event gewonnen. Ähm, ja. So, und damit würde ich auch sagen, wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal wieder. Und, ähm, ja. Viel Spaß mit der Folge. Bis dahin. Euer Tschadda.